jetzt muss ich noch auf die es war auf mein Glas was noch fertig geschmolzen wird ja wie ich ruf gleich mal machen ich will doch mit rechtlich ist naja ich werde es den Boden jetzt nicht mehr ganz fertig kriegen weil ich nicht mehr genug Sander und das Glas zu hier fertig zu machen über ich sag viel Sankt noch tschüss ich ich gehe noch zu Peter und guck was er noch gebaut hat er noch alles erschaffen hat Alters hast du ja schon alles gebaut heilig das passiert der Junge der noch ein Bord Junge hier im Wasser seine ne verpässt sich da was soll das ich mach die Kür halt ist der nicht verrichtig gleich ich gehe mal hoch in dein haus mal gucken was du schon gebaut hast das wollen unsere zuschauer ja auch sehen und er will du willst das auch sehen willst du auch mal sehen was Peter von schönes Haus gebaut hat okay wie gerade so an alle Sachen hier will er aus den geilen Blick und du siehst ja auch immer älter dieses sie ist ja auch von Jochen richtig schön was ich da unten unten machen ohr pd jetzt noch warten kann ich moment mein zuckerrohr ich hab sicher pfeile ich habe pfeile ich mach ich mach grad den zweiter entfällig jetzt muss wieder hierher laufen oder was Leute was machen die alle mit Hausjungen ja warte mal ich wo die korrekte von oben Hilfe wo ich habe ich habe es geschafft im haus das sieht ja ja ich finde mein Haus wo kommen nennen wenn man rein wenn man kippe für aber du wirst jetzt erst mal gefeuert man so so naja dann sagen wir mal ich gehe jetzt hier rein und dann sagen wir mal tschüss ne was ähm hab ich nicht ne vertreten schweigt ab das man bis dahin auf Wiederschauen und jetzt willkommen zurück zur Aufnahme Let's Play Together, hier ist Peter und jetzt müssen wir mal ein bisschen weitermachen bei unserem Haus wir haben eigentlich erst gestern Abend aufgenommen ich hab's ja noch nichts wieder hochgeladen wir hatten nämlich grad einfach Bock drauf, Alter, so richtig Bock drauf, weil wir halt neu anfangen und so Alter, ist der Ende mit dem Wüten auf dich oder auf mich? Auf dich der gerade den Block hergelegt, finde ich, Leute hm, naja was, ich brauch etwas Sand wow scheiße oh, der Küpe hat mein ganzes Hausweh kaputt gemacht ich komm, ich komm raus, auf einmal steht der Scheißding neben mir, Alter fuck off, Junge der kann von mir auch sterben gehen, der Küpe, Alter man, ey, der hat keine Rechte, mein Haus hier zu zerstören, Junge glaubst du? ich hab's nicht gekauft und ich hoffe jetzt in der letzten Aufnahme ist Peter ja ein bisschen leise gewesen, ich hoffe es funktioniert jetzt ordentlich und die Musik ist nicht zu leid, laut oder so hoffe ich auch aber ich hörte ich eigentlich gut, im Gegensatz zu der Musik ich hab dich halt beim letzten Mal auch gut, sehr gut gehört gleich Lala 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 und jetzt hatte mich schönes Glas zerstört die noch alle da hab ich so, dass ich so und so schon viel zu wenig von hab Lala Pdl und das Hochwasser da ist auch ganz schön krass da ne was das machen Sanzsäcke auf die Dämmel packen ja ja dann Naturgewalten warum hau ich das scheiß Gelett mit meiner Schaufel m ich bin noch Kille das was die Kälte aus und für inzwischen durch immer zu den Bieter auch die Bieter und Pdl und Pdl ist das Natur ich hab dir schon mal gesagt auf den ein Hetz und dann ich bin nicht mehr ein Kopf und den auch nie Kopf und doch doch mit dem Wicht ist nicht geschehen Ich hab auch nicht alles Geld der Welt Ich kann ja auch nicht einfach mal so 15 Arbeiten Das war ja auch nur ein Spaß Das war ja auch nur ein Spaß Das war ja auch nur ein Spaß Und mir ist auch aufgefallen in der letzten Aufnahme, da hab ich ganz schön ins Mikrofon geschnuppt Da kann ich halt auch nicht viel gegen machen, ich hab halt ein bisschen Schnupfen und so, deswegen... Let's? Let's Let's go! 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 Angeloumser hier zwei Steaks Reicht erst mal und wenn ich habe ich habe ich hätte noch genug so zu essen ich könnte dann nur noch ein bisschen Brot machen und so so was hätte ich jetzt vor können ich wollte ich wollte es jetzt nur nicht die Stufen macht nämlich nach oben ich meine oberste Eintracht machen kann